Hier ist noch ein Token. Das sind jetzt neun stück. Fehlt ja immer noch was. Das ist ein Token. Was ist das? bist du noch auf der taten nur weil ich das ausgleiche dass du auch voran gelaufen bist du musst es jetzt nicht noch weitermachen wie voran gelaufen das andere aus hast du alles gelootet und wirklich alles wenn du dort in die oben aufmachst und die wege findest beziehungsweise wenn du mich darunter schubst bitte was ich bin ja von dir auf diesen vorsprung runtergeschubst worden definitiv nicht so jetzt bewegt dann hinter wiederher ich weiß nämlich nicht wo du weggegangen bist ich bin im haus 2 das hilft mir nichts hier ist fünf das 89 hier hatte für eine beschädigung ganz sauber vergessen das haus ich höre dich abholzen das ist ja schon mal ein vorteil trotzdem weiß ich nicht wo du bist oder wo dieses haus ist daneben wo du abholst das sind vier häuser fünf häuser war so gut wie nix drin aber außer wieder zwei titanen herz lass mal in der mitte treffen was ich für zeug schon wieder alles habe halt genau da kannst du wieder glauben da gehen wir auch hin nur das da ist haus 2 ich fühle mich dir jetzt schon wieder wenn man auch hier unten wo ich runtergefallen bin naja von hier bin ich gekommen dann gab es ist ja wo war unser haus wo wir und konnten den minus vier noch mal in der mitte warte mal ich werde gerade belästigt hier bei mir ist es nicht also haus fünf war es auf jeden fall nicht ich will ja wieder runter in den keller weil wir da nicht alles hatten dann geh doch durch den keller allgemein durch trotzdem weil ich wissen welches haus das war ich mich würde ich empfehlen aber ich würde mich verliere wie es ist ich würde mich nicht ich würde mich keinen Keine Weitere Axt mit, genau. Ah gut, dann nehme ich halt den Allgemeiner an. Warst du schon in der 9 gucken? Auswendig, keine Ahnung. Das ist die 6... Die 5, das müsste die gewesen sein. Ne, 0, 12, 14. Das ist die 5. Das ist die 5. Das ist die 5. Das ist die 6. Die ging überhaupt nicht. Die 1 ist dicht. Das ist die 2. Du, ich finde das jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht mehr. Da oben ist wieder ein kaputtes Fenster. Auch 10, 20 Uhr. Das ist jetzt meine letzte Folge hier. Jupp. Kack mir im Rücken. Das kaputte Fenster war... Nicht in der Küche. Wir müssen dir irgendetwas übersehen haben. Da liegt ganz viel Pflaster und Metallschrott. Auf dem Dach. Hä? So höher kommt man hier nicht. Das heißt... Das heißt... Es müsste dann in der 6 sein. Man kommt bei dem Haus bis aufs Dach? Ach... Ach Scheiße, jetzt bin ich hier wieder draußen. Ich geh erstmal zum Schiff zurück. Ich hab nämlich nichts mehr zu essen. Jupp. Let's go. Ich bin immer besser. Ich bin immer besser. Zorc. Es wird immer besser. Ja ... Ich bin leider nicht mehr zu sein. Ich bin immer besser zu haben. Jetzt kommt die Strecke. ich würde ehrlich gesagt wenn du den himmel schaust gehen wir nach den seilrutschen ja ich bin ja gerade auf dem ehenhaus aber ich bin nicht auf der hälfte wo die seilrutsche ist und ich glaube nicht dass man das schafft wenn man darüber springt oder doch man schafft holy moly gut das war ein satz mit x du musst da so schnell sein und die nächste seilwinde anklicken das kriegse godin zu schnäger packen tue 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 Okay. Das da rein, das da rein, das Rezept leg ich hier oben in die Kiste. Ja, Bananensohne sind da drin, da ist das. Das. Ich hab noch hohes Fleisch. Egal wer gekommen ist, wir nehmen auf, nur zur Info. Ich hab noch ein Metallschwer bekommen. Justin, wir nehmen auf, nur dass du's weißt. Okay, hallo, schönen guten Abend. Hallo. Ich hab noch einen Rohkraftstofftank gebaut. Der steht unten. Und müsste eigentlich, ich glaub, hier irgendwo durchgucken. Oder auch nicht, hab ich gut gestellt. Ist so direkt schon mit Rohr verbunden und mit den Schiffsrädern. Ich brauch nur erstmal Honig, um das überhaupt machen zu können. Und da haben wir das andere Problem, wir können hier keine Bienen mehr haben, weil hier keine sind. Ja, hier sowieso nicht. Da müssen wir wieder auf kleinere Inseln fahren. Ja. Ähm, und Alk, hier? Ich hab keinen Platz mehr. Was will ich denn damit? Sonst weckerst du immer wegen Holz rum. Ich bin fertig mit bauen. Ja, und die Küste mit Holz ist voll. Okay, dann baue ich irgendwas Sinnloses. Das hat niemand gesagt. Kannst ja auch schnell nachdenken und was Sinnvolles bauen. Hm. Scheiße, da brauchen wir wieder Plaste. Oh, das kann ich bauen. Haben wir noch Blätter? Jaaaa. Ja, gut. Aber ich glaub, das war's. Ähm, ja, gleich. So, dreh dich, dreh dich. Deine Hand. Nummer 1. Und da muss das Autsch abschließen. Ach, Darko. Was denn? Ich sitz bequem und du? Du hast nicht als ob ich das Stuhl gebaut. Ich hab zwei gebaut. Ah, eike, eike, eike. Was denn? Wow. Man fällt dann unten durch. Was? Was? Also, am Arsch tun sie nicht so wirklich gut. Äh, was soll... Also, dieses Rätsel. Was soll das denn bedeuten? Mit Brille, Hut, Schere, Reifen. Keine Ahnung. Da bin ich gerade ernsthaft überfragt. Sind das vielleicht synonyme Reifen für eine Null? Die Brille. Oh, das ist ein anderer. Keine Ahnung. Da müsste die Schere ja eine 2 sein, wegen zwei Schernseiten. Die Brille müsste... 1 sein. Oder 3, wegen diesen 3 Hoppe-Dutzeln. Ja, ja. Der Hut, das Exterio-Lane. Das wäre 4. Der... Bazar... 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 Warte mal. Der Bazar... St. Das ist ein Friseur. Und die Häuser haben alle eine Nummer. Oh, oh Gott. Gut. Aber das werden wir... Ja, das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Untertitelung des ZDF, 2020